Ich habe absichtlich daneben geschossen. Wie? Das macht gut! Wie er labert! Ja, aber ich will meine Schuss wieder haben. Du hast die doch! Nee, aber danach... Achso! Ich habe euch die gerade auch wieder gegeben, hallo? Ja, aber ich habe sonst gar nichts mehr. Ja, die kriegst du wieder. Ich brauche die Scheissschuss nicht. Wir haben noch tausend Bullets auf dem Twin rumliegen. Was ist denn da unten? Demjenigen, der aus dem betrunken Auto fährt? Der Fulhuhr. Der Fulhuhr. Komm, Fulhuhr, bring den in die Base, dann gehts los. Oder es wird eine 1-on-1-Jackie. Was sagst du dazu? Ich bin dafür, dass wir hier einen altmodischen Handkampf machen. Nein, 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 nein. Wenn ich von uns gehe. Ja, aber du weißt, im Handkampf da hatte ich dich auch ganz gut. Ja, habe ich? Bei einer der letzten Lone Pine Folgen, weiß wir da so in dieser B10 Base abgegangen sind. also seid ihr bereit lasst mich erstmal weglaufen ich wollte es gerade sagen vielleicht rennst du erstmal weg wenn du weg bist dann haue ich erstmal aus der base ab ja dann bleibt aber unten in der base dass sie nicht sehen wo ich jetzt hinlaufe ja ich bin ich bleibe in Pleasanten ich bin jetzt nicht irgendwo abseits im Wald oder so ich habe absolut ich habe absolut daneben geschossen ja okay ich bin noch nicht warte wenn wir das gebiet ein bisschen eingrenzen so sagen wir bis zur tanke dann ist schluss also hinter dahinter nicht ich habe aber keine helmen ja ist egal und und bis zum police ja der helm bringt ja nichts ich mache eh headshot bei der helme hilft hilft ja auch nicht sein arsch eben ja bei der tanke ist schluss bei der tanke ist schluss also alles was dahinter ist also ende tanke sodass hier ist eine mauer nämlich quasi dem bürogebäude bis da darf man noch hier wo das sniper bürogebäude ist und dann bis zur tanke okay okay von mir aus kann es losgehen ich lege ich lege ich lege noch ein paar sachen ab von mir ja das hätte ich vielleicht auch vorher machen sollen ja dann macht das eben dann wir haben ja noch ein bisschen ne ne ich will jetzt dann irgendwann mal ausloggen und mich auf die Couch flitzen offline gehen offline gehen flitzen was das wo snipers denn wo snipers denn wo snipers denn Prozent ja irgendwo hier sind ja wenn wir uns alle nicht bewegen dann wird das Prozent lustige Angelegenheit ja bewegt ihr euch nicht oder was ich bin sehen zumal seiner du warst hinter dem Mauer du hast gegen die Mauer geschossen und trottel ja mhm 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 Ja, ich gehe von mir. Vorsicht, da war er gerade drinnen, von euch. Dankeschön, Jekyll. Komm ruhig hoch. Bist du da immer nur drinnen? Das war aber die falsche Ecke. Uiuiui, da raucht es. Wo seid ihr? Ist das euer Ernst? Nee? Kriegst du da, Gruppe? Ich bin bei der Feuerwehr. Okay. Der Jekyll kämpft doch. Der kämpft. Jekyll. Was ist denn los mit dir? Was denn? Du, verstecken. Ja, du, bei dir muss ich mit allen Mitteln kämpfen, sonst... sehe ich da kein Land. Ja, du, bei dir muss ich... Aber ich kann glaube ich völlig nicht... nicht... のは'd in der Tat vers dir geht nicht mit ihr. Ich bin mit ihnen mit. Ich bin mit ihr angemacht. im venir, h libraries DS Design undergrad중. Seid ihr jetzt wirklich am Campen? Nee. Ich laufe hier mitten überm Platz. Ich laufe hier. 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 Ich laufe hier weiter. Büsse. Das war ich ja. Hast du ihn gesehen? Ich laufe hier. 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 Ja, das war sie. Also die letzte Folge hier auf dem Munich-Server. Der Server-Vibe, der mittlerweile bei euch schon Vergangenheit ist, aber jetzt bei unserer Reihe hier gerade ansteht, der wird nächste Woche durchgeführt. Und danach werden wir uns auf einen neuen Server bereit machen mit neuen Gegnern. Und ich denke, das wird eine richtig spannende Angelegenheit. Das heißt also, bleibt dran und viel Spaß noch. Check it.